So, willkommen zu einer neuen Folge vom Klaatu-Channel bei Call to Waters. Ich habe mir überlegt, ich starte doch mal eine neue Kampagne nochmal. Und zwar werde ich nicht mal die Global Map nehmen, ich nehme mal eine kleinere Map. Und überlege noch, ob ich wirklich Typhoon nochmal nehme. So, was ist jetzt hier Global Map? Normale Map, North Atlantic. Wir nehmen mal hier den North Atlantic. Start. Ja, das ist klar. So, Start. Und überlege mal, ob wir ein anderes U-Boot nehmen. War jetzt noch nicht hundertprozentig. Was können wir da nehmen? Wir brauchen am besten was anderes hier. So, was ist das für ein Teil? So, dann können wir nicht mal gucken, denn... TubeStore 140. Stand da nicht mal irgendwie... ...relativ leise sind. Cooler Klaas könnten wir sonst mal nehmen. Das Ding ist natürlich heftig. Der hat auch Missiles. Weiß es echt nicht, ey, was wir mal mit dem Schatz nehmen. Oder nehmen wir doch die Typhoon. Der Typhoon hat halt so... Hier steht nämlich, wie laut die auch sind. 20. Und die Oskar Klaas ist auch ein bisschen leiser noch. Die ist natürlich richtig leise hier. Cooler Klaas. Ja, ich hatte das überlegt, aber... 124. So ein bisschen leiser hier. Nehmen wir mal die. Was gibt es denn eigentlich noch? Ähm, 108. Hält natürlich aber nichts aus. Das darf man auch nicht vergessen. Ach, das ist das. Gucken wir einmal erstmal ruhig, was wir hier am schönsten nehmen könnten. Die ersten Klaas, die halten alle nichts aus. Ja, ne, die ist fett. Die ist richtig fett hier. Besser als Dallien, besser als normaler. Und... Oder sind die hier alle gesperrt für die Runde hier? Das sind die Oberwasserschiffe. Das ist ein richtig gutes Ding, ey. Ach ja, was nehmen wir denn da? Was schönes nehmen wir. Ich könnte mal probieren. Nehmen wir diese hier, oder? Ja. So. Wir sehen die hier mal aus. Ich wollte sagen, die hatten auch Cruise Missiles irgendwie. Ich hab das jetzt aber irgendwie nicht gelesen. So, jetzt kommt natürlich diese allgemeine... Das ist die allgemeine Texte. Das kennen wir ja alle schon. Bladimir Putin, ganz böser Junge. So. Ja, ich brauch manchmal auch Cruise Missiles und sowas. Klar ist das cool. Ich hätte das ja auch mal... Wir können auch irgendwann mal wechseln oder so. Und nehmen mal wieder die Typhoon denn. Aber ich will mal ein bisschen in der Kampagne vorankommen. Weil wenn wir Punkte sammeln, gehen wirklich mal drauf. Dann geht das Spiel weiter. Weil wir genug Punkte haben. Daher... Müssen wir mal ein bisschen Gas geben da. So. Secret Missiles. Maternity. Hm. 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 Und dann gucken wir mal Repair ein. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Hier. Hier geht's nämlich richtig los. Hier sind die Stallion Missiles. Und das sind die... Da können wir nämlich Raketen abfeuern. Das ist total geil. So. Was ist das hier? Was sind die Drahtgesteuerten? Da werden wir auf jeden Fall welche nehmen. Das. Das. Ne. Das sind die Schakal. Was sind die Stallion? Was sind denn die Stallion Missiles nochmal gewesen? Warte mal. Guck mal mal. Guck mal. Genau. Guck mal mal. Das sind vier U-Boote gedacht. Aber das machen die doch auch. Stallion. Okay. 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 Na ja gut. Wir laden erstmal die anderen erstmal rein. Ich glaube... Ich glaube... Da sind... Du kannst nicht bei allem alles reinmachen. Bei dem Schiff? Hm. Das ist ein spezielles Schiff, sehe ich gerade. Hier. Was geht da ab? Will man den machen? Genau. Das sind ein relativ spezielles Schiff, wie ich sehe. Da haben wir fünf dabei. Wir kallen hier mal ein bisschen runter. Da brauchen wir mal die Drahtgesteuerten. Die Stallions hier. Das sind eigentlich die gleichen Waffen. Ich jetzt hier... Ne, warte mal. Das sind... Das sind doch andere, glaube ich. Was machen die eigentlich? Was machen die? Sind das Raketen, die denn Schiffe verfolgen oder was? Ich kann mir nur vorstellen, die starten und gehen ins... Ich habe doch die auch mal gezockt, aber das waren doch die, die... Weil direkte Raketen sind doch das auch nicht, oder? Das kann man hier eigentlich umschalten. Mal auf Häuser gehen, genau. Das sind ja die, wo wir dann ja Bodenziele machen müssen. So, wir haben hier fünf, zwei. Okay, wir haben davon auch welche. Die reduzieren wir mal ein bisschen und gehen mal hier auf die Drahtgesteuerten mehr. Hier kann man nichts anderes wählen, ne? Probieren wir einfach mal. So, warte mal. Review Orders. So. Was ist denn am Ende so? Objekt. Was ist denn? Was ist denn das für ein schöner Map da? Wo waren hier Oslos nochmal? Da hinten, Alter. Ist hier keine Global Map, ja? Man kann auch immer gerne Sekundärziele machen, aber die sind leider nicht so erlaubt. Mal gucken, was ich da... Was Ding muss ich da bombardieren? Okay. Dann gucken wir mal. Dann haben wir gleich ein Bodenziel. Hätten wir auch gleich mit einer Atomrakete machen können. Ach, du Scheiße. Boah, da kann ich nicht entkommen, Alter. Das ist natürlich richtig heftig. Das ist natürlich richtig übel ist das hier. Das ist natürlich mal wieder richtig klasse, Junge, dass ich da direkt davor bin und ich kann hier nicht tauchen. Ich kann mal identifizieren, was das hier ist, alles. Was ist das hier? Komm, Junge. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Hier ist natürlich keine Manövrieroption richtig, ne? Das ist natürlich klar. Das ist aber auch nicht der richtige hier. Wird natürlich die Atomaketen sofort... Naja, die würden auch abgefangen werden, wenn es jetzt ein Zerstörer wäre. Die Nuke könnte nicht abgefangen werden, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Taifun-Klasse hätte. Könnte die so nicht abgefangen werden. Die würden denn einschlagen. Hier wäre natürlich wahrscheinlich die Taifun besser gewesen. Ein bisschen was aushält. Die Nuke müsste sofort eine kriegen. Wenn ich jetzt den Öltanker noch wegpuste, kriege ich natürlich eine Medaille, wenn ich da noch mehr wegballere. Ah, das sind die... Ohne Draht, ne? Kann das sein? Das sind die 650er. Das sind richtig böse Dinger. Aber die haben keine Drahtsteuerung. Das ist das Problem. Ich muss gucken, wer der nächste Gegner ist da. Los, komm, oder ist das? Was bist du? Muss ich natürlich gucken, wo die Nox genau ist. Das ist die nächste Geschichte. Wenn die weiter weg ist, haben wir ein Problem. Das Problem ist, ich muss die wegpusten, weil die fangen meine Raketen natürlich ab. Das ist... Das kann sein, das ist die Abfahrung. Das ist dann auch nicht so geil. Ich weiß nicht, was das für ein Ziel sein soll hier. Ich bin schon... Wir haben jetzt durchgeschalten. Was ist das? Kahn, Sonar, Sierra, 1. Okay. Es ist klassifiziert als Escort. Okay, F1. Gucken wir mal. Aber wirklich nicht viel Spielraum hier, ne? Das ist das Problem. Ich muss wissen, wo die genau sind. Wir gehen mal höher. Was ist das für eine Schicht hier? Condition. Gucken wir mal, was wir jetzt hier hinkriegen. Condition. Warte mal. Ich gucke mal auf Dings. Wie sieht es denn da aus? Wenn ich jetzt so nach da fahre, komme ich tiefer. Das ist natürlich jetzt blöd erwischt hier. Wir könnten langsam... ...so nach da mal fahren. ...dass wir nachher in eine andere Tiefe fahren können. Sonst ist es immer so gut wie tot, ey. Ja, das Gute an den Crews Missiles ist ja wirklich, wenn man wirklich ein Schiff zu weit weg sein sollte. Und das haut ab, weil man im Gefecht mit anderen ist, kann man hier Fangschüsse machen halt. Dann hat man eine gute Chance, zum Beispiel mal einen Tanker aus Reichweite wegzubusten. Und diese Waffensysteme hat leider einen Taifun nicht. Aber die werden wir trotzdem nochmal zocken. Nachher, wenn natürlich U-Boote unterwegs sind, da ist einfach Taifun sehr schwierig, auf jeden Fall. Habe ich immer so gemacht, im Hinterhalt so... ...wenden sie dicht genug dran waren. Habe ich die ganzen Drahtgelenken, habe ich schon abgeschossen. Habe mich dann still verhalten und konnte so nach und nach weg... ...ballern halt, ne. Das war so der Vorteil. Es hat damals mal funktioniert. Funktioniert so auch. Außer man ist... ...man ist gesehen worden. Es ist ein bisschen blöd, sag ich mal. Es saß ja auch begrenzt Torpedos dabei. Und das ist alles so ein bisschen kontraproduktiv hier. So. Ich glaube, es ist 22 Kilometer entfernt. Kein Torpedor, too deep to fire. Was können diese Dinger eigentlich? Sind das normale Raketen? Kein Torpedor, too deep to fire. Kein Helm, steady course. Ich glaube, das ist eine gute Frage, was die können. Ich wollte aber bei einer Meinung geben. Haben wir ein Zeug gemacht, immer, oder was? Ist mit Sicherheit auch nicht 22 Kilometer entfernt. Auf keinen Fall. Die Nox ist ja auch irgendwo. Die Nox ist bald sichtbar. Immer gespannt. Ist noch nicht sichtbar bis jetzt. Vielen Dank. 12 Kilometer Wir haben ja genug Raketen, wir könnten rein theoretisch auch Geht das Risiko einfach mal ein, oder? Nach 21 Minuten noch nichts passiert, aber ist egal Das ist Cold Waters, Leute Ach, scheiße, was ist denn das schon wieder hier? Wir haben noch so ein doofes Schiff Noch eine Signatur Der S4 ist da noch Signatur Was wäre, wenn das Ne, so ist das nicht ungefähr Ne, so ist das nicht ungefähr? Untertitelung des ZDF, 2020 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 We are on Torpedo Room 524 We are on Torpedo Room 524 Con Helm Steady course We are in Torpedo Room 524 You are in Torpedo Room 624 I am in Torpedo Room 524 The Operator Room 624 Kahn, Sonar, lost contact. Sierra, 5. Last bearing, 2. Fire, VLS. Kahn, Torpedo Room, Tube 6. Fire, BLS. Fire, BLS. Kahn, Torpedo Room, Tube 4. Ready. Hier geht schon in den Tanker rein. Hey, was? Naturverfolgen ist. Hier geht's. Torpido in the water, Torpido in the water, bearing 1, 9, 5. Come left to 3, 0, 2, Elm, I. Gott, da sind so viele Scheiße. Fuck it, ne. Kahn Sonar, Noisemaker, bearing 2, 9, 5. Kahn Sonar, Boss Transient 12, Sierra, 5. Go, come. Go on, Torpido Inc. Firing Tube 5 Kahn Toppater 1, Firing Tube 6 Kahn Sonar, Lost Contact, Sierra 2, Last Bearing 2, 8, 1, Kontakt breaking up Verfolgen jetzt mal einen anderen Täuschkörper, sehr gut Perrie ist 9,5 Meter entfernt Das ist ein Fangschuss Torpedo, eigentlich, wenn du willst Kahn Helm, Steady Course Die Perrie müssen wir noch erledigen Der verdammte Perrie Mach was mit einem Torpedo, oder? Mal gucken, ob er jetzt die Perrie haben möchte Oh Zu dicht dran, die Perrie Scheiße Kahn Toppater Room, Tube 4, ready Mach es Jus Kahn Torpedo Room, 5A2, 4 Mach es Kahn Sonar, wir sind gravierter Ah, Perry hat aber richtig schön mal ihre Torpedos rausgehauen hier. Komm, verfolgt den Teuschkörper. Komm, komm, left 2. 3, 1, 0. Helm, I. Kan, sonar. Torpedo in the water. Torpedo in the water. Bearing, 2, 1, 9. Make turns for 3, 2, 9. Maneuvering, I. Kan, torpedo room. Flyby Duke-4. wenn er jetzt rumdreht, habe ich ein Problem Täuschkörper, geh auf den Täuschkörper, hallo Die Räden kann sein, dass er einen Tröschkörper verfolgt hat. Das ist ja richtig gut. Da sind so viele Torpidos im Wasser, Alter. Ah, shit, hat mich noch erwischt. Das hat mich noch erwischt. Damage control parties, in the reactor space. Kahn Torpedo Room, too fast to fire VLS. Kahn Sonar regained contact on, Sierra five, bearing two. Kahn, reaction back on lock. Make turns for one, zero. Kahn Sonar, we are cavitating. Kahn Sonar, Torpedo in the water, Torpedo in the water, bearing one, one, nine. Oh goodness. Make turns for three, two, knots, maneuvering eye. Take care of yourself, man. Come, load the shit here. Kahn Sonar lost contact, Sierra five. Come left two. Three, four, one, helm high. Kahn Sonar lost contact, Sierra five, bearing two. Kahn Sonar regained contact on, Sierra five, bearing two. Kahn, policy system is been repaired. Kahn, damage control, Kahn. Kahn, damage control, Kahn. Kahn, damage control, Kahn, damage control,rice control, set the power one, zero, nine. Fire VLS Fire VLS Con Zonar launch transient from Sierra 5 Fire VLS Fire VLS Ihr müsst euch abfeuern 8 Stück weg Der 9 Fire VLS Ist so weit weg Der muss sich erst entfernen Damit ich die Cruise Missiles setzen kann Dann wäre der auch weg vom Fenster, der Typ Das ist ein guter Weg Make turns for 3, 2, 9 Maneuvering I Con Zonar Sierra 5 Ist klassifiert als Submerged Submarine Scheiße, das noch ein U-Boot Wunder mich, wo die ganzen Raketen, die Dinger herkommen Das ist alles ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Landstrike completed, Leute. Die Mission ist erst mal erledigt. So, jetzt gucken wir mal. Was habe ich noch im Petto? Nichts eigentlich. Den Sea Wolf, den kann ich großartig gar nicht angreifen, merke ich gerade. Landstrike complete. Kann man eigentlich da drauf gucken? Warte mal. Wenn ich jetzt so da rangehe, kann ich da drauf gucken, was da los war? Nein, kann ich nicht. Perry. Ah, die Perry sehe ich nicht als das Problem. Ich glaube, der eigene Torpedo jagt den gerade. Wenn ich den wegkriege, muss ich nur noch die Perry wegpusten da. Ist das einer bei meinen Torpedos, oder? Ich glaube, das sind richtig so ein Abfang-Torpedos. Wir haben schon kaum noch Waffensysteme. Den laden wir mal um. Was ist das? Oh. Oh, 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 oh. Erledigt, der Typ, Junge. Der ist schon mal weg. Das ist gut. Keine Ahnung, ob das für mich sein eigener Torpedo war. Man weiß es nicht. Ich glaube, die habe ich auch da so hingesteuert. Ziemlich gut. So, jetzt kommt die Perry. Okay, die Perry will es nochmal wissen. Ich kriege die Perry gleich den hier. Die hat ja einen Suchkopf. Nehmen wir mal rein. So, what, Perry? Okay. Ich bin gespannt. Natürlich sind die Raketen zu dicht dran, ne? Ja, den Raketenangriff konnte man jetzt nicht so zeigen. Auf das Gebiet. Ja. Da gibt es noch genug Möglichkeiten. Wir sind ja hier aktuell auch in der 243. Und so weit ich das weiß, gibt es ja jetzt eine 246. Und vielleicht sieht man dann auch die richtigen Angriffe auch, ne? Also die Einschläge richtig. Ich könnte es mit der Perry jetzt auch direkt aufnehmen eigentlich. Aber wie sieht das eigentlich aus? Ich kann immer noch nicht weg, genau. Die schlägt sogar noch mal in das Wrack gleich ein, oder? Jeder Torpedo schlägt noch mal in das Wrack ein. Auf jeden Fall der 600... Das ist ja... Was ist das hier? Ein 633er. Der macht natürlich richtig Alarm, ne? Das ist natürlich... Klar. 650er. Der hat natürlich... Den schon ordentlich Sprengkraft. Hier hat man natürlich die Draht gesteuert, nicht? Bei diesem U-Boot. Was auch ein voller Nachteil sein kann, ehrlich gesagt. Dafür natürlich die Cruise Missiles. Also hat ein Vor- und Nachteil, ne? Man hat hier aber schnelle Torpedos. Die sind aber nicht gesteuert. Das ist halt das Problem. Hier machen wir gleich nochmal einen rein. So. Was? Haben wir keinen mehr, oder was? Ne, einer ist nur noch drinnen. Okay. Einer ist nur noch drinnen. Enttäuschkörper haben wir auch nicht mehr. Wenn er jetzt weiter weg wäre... ... ... ... ... ... ... Man sieht, ein Torpedo-Einschlag macht richtig Schaden, ne? Also da hat die Taifun und ganze andere... ... 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 Das ist hier natürlich nicht so der Fall, ne? Wohin, muss noch die Parry loswerden? Wir beschleunigen immer einmal auf... ... ... ... ... ... Was haben wir eigentlich hier für eine Condition, jetzt, ja? 47 Metern, ne? Ah, ich meine, wir könnten auch... ... Weil wir suchen die... Direkt den direkten Kampf, glaube ich, mit der Parry. Ja, oder die Parry haut ab. Wenn die Parry abhaut, können wir sie mit Raketen noch erwischen. Sechs müssten erreichen. Wir müssen was gucken, dass wir denn wegkommen aus dem Gebiet nachher, weil sonst, nächster Kampf würden wir nicht überleben, weil wir gar keine Waffensysteme mehr haben. Und weil wir ja schon mal einen kassiert haben. Und das ist halt die nächste Geschichte, da wieder wegzukommen. Von der Map. Wir müssen ja dann wieder den Hafen ansteuern und zu reparieren, ne? Das ist halt so die andere Geschichte dahinter. Kon-Sonar, Noisemaker, Bearing. Kon-Helm, Steady Course. Die Parry hat er gesehen. Will weh, dass die Parry weggeht. Aktuell. 11 Kilometer, wie sieht's denn da aus? 14, muss er mindestens weg sein. Komm. Irgendwann noch ein bisschen. Ist jetzt nicht aufgeschalten, das Ding, ne? Mach'n's hochkopf. Was ist da jetzt? Komm, Alter. Was ist denn jetzt weg? Ist er dicht dran, Alter? Kannst du da ganz wenig erzählen jetzt hier? Ich bin aber auch gleich dicht dran und für'n Fangschuss noch. Der jetzt nicht mehr sein sollte. 2, 0, 3, Helm, I. Gib mir ne Signatur. Da kommt der Torpedo. Ist aber relativ langsam auch, kann das sein, ja, ne? Ist ein richtig fetter Torpedo, Alter. Kann der Noisemaker da noch was machen? Ich glaube nicht, ne. Ne, 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 ne. Da ist einfach Feierabend jetzt. Ja, da siehst du. Ja, das war's mit der Parry. Okay. Das soll's wieder gewesen sein. Landstrike haben wir komplett gemacht. Hätten wir uns gerne noch angeguckt. Aber nichts Besonderes. Das ist dann nachher mit den Nuklearwaffen besser. Oder was heißt besser, ist ja auch... Ähm, sieht man vielleicht mehr. Wie wenn's... Naja, Upgrade überlege ich noch. Ob war das auf 1,46, was da besser drin ist. Aber das soll's erstmal gewesen sein. Erfolgreiche erste Mission. Wir müssen dann halt gucken, dass wir da noch wegkommen. So ein bisschen. Das mach ich jetzt außerhalb des Videos da. Das soll's erstmal gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und macht es gut.